hei 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 komm hier wieder raus sniper elite 4 liebe leute weiter geht's mit dem letzten rest dieser mission also was mich jetzt auch stört ist dieser komische geschützturm wenn der down ist dann habe ich ruhe eine firma müsste das eigentlich nicht sein so viel gegner haben wir nicht nicht mehr ich glaube nicht mehr so ich weiß nicht was doch da hinten so um rennt in den anderen teilen aber ich habe nicht den wenn ich den wenig step by step den jetzt bis auf den letzten punkt dann sind nämlich alle versammelt und dann ist Ruhe jetzt ist Ruhe dreckig dreckige pistelle hier ich wollte noch in den ja ich hatte nicht die zeit dafür ich wollte eigentlich noch in deckung gehen aber ich habe ja ich weiß jetzt immer noch nicht da die haben noch ein paar gegner das ist das problem ich habe denn geschützt und müssen nicht da und sein oder zieht er jetzt da und schon mittlerweile ich weiß es nämlich nicht völlig kontaktpunkt aber ich weiß nicht mehr so dass da Ah, komm doch. Nachher wieder. Jetzt hab ich ihn. Jetzt lass ich das Ding noch stehen. Ja, aber sie wissen, dass ich hier bin. Das ist klar. Ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren. Gerade ein bisschen Ruhe. Der geht jetzt nicht in diesen scheiß Turm, oder? So, Jägerkill. Ich hoffe, beide wird's wahrscheinlich nicht dauernd kriegen, oder? Einen Kaffee auf jeden Fall. Nee, war kein Doppelkühl. Jetzt bleib du auch mal liegen, Kollege. Alles Ruhe. So, weil ich ehrlich bin, bis vor ich jetzt hier noch Probleme kriege mit diesem scheiß Turm. Ziehen wir uns weiter. Ich mach diesen scheiß Turm immer Feuer. Jetzt ist er weiter in die Runden. By the way. Ah, die Schiffsartillerie. Okay. Okay. Okay, den nächsten Teil dieser Schiffsartillerie lassen wir mal kurz auch. So, einmal einen Rucksack dran. Und Schiss. Boxerkladungen am Fuß würden sie zerstören. Aber das würde ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Scheiße. Ich hatte Riquel. Okay. Na gut, dann holen wir dich auch noch eben kurz mit. Hier dürfte es auch nicht mehr sein mit dieser Folge. So, Geschichte. Na, ich vermute, dass es nicht mehr so viel mehr sein wird. Ich glaube, dass wir sogar noch in dieser Folge durchkriegen. Der Hände ist auch einer. War mal. Ah, Schösser. Ja, Schösser. Jawoll. In Fahrt der Riquel. So viele. So, dann gehen wir mal da runter. Weil ich habe mir das kurz das Ding gemohlen. Tschüss. Tschüss. So. Das Ding ist down. So, viele Feinde sind jetzt nicht mehr hier rumlaufen. Hör mal. Es war gut jetzt. Was sind die da unten? Alles clear oder was? Oder haben wir noch genug Feinde? Ja, da war noch ein Minimum einer. Da kam noch einer. So. So. Ich sehe doch noch, wo ein Feinde auf meiner Karte. Da hinten. Ich glaube, kriege ich den in die Treppe, wenn er die Treppe hochkommt. Wo kommt der denn jetzt her? Noch ein Scharfschutz oder was? Ich sehe doch noch ein Scharfschutz. So. Dann haben wir das auch. Weiß ich. Der weiß ich, dass da noch ein Minimum einer steht. Okay. Da kommt keiner. Da hinten ist der. Fuck you. So. Geschichte. Jetzt müssten eigentlich fast alle Feinde auch down sein. Naja. Mehr oder weniger. Da oben ist noch einer. Das war mir schon klar. Fast. Dann setzen wir noch einen zweiten hinter. Durch den Zaun. Bam. Alter. Bye-bye. Scharfschützen. Jetzt könnte es sein, dass der Zaun ist, der Scharfschütze. Ich hoffe, dass ich dich wieder so rumfliegeteile. Wie gesagt. Da brauche ich nicht, weil seine Kugel. Bam. Tschüss. Leck mich doch. Komm. Das kann man hier noch, diese Folge. Das kriegen wir alles noch hin. Dann machen wir das. So. Hier ist Geschichte. Jetzt auch mal ein Scharfschützgewehr. So. Geschichte. Geschichte. Zwei down. Ich mache jetzt etwas, die alle weg. So. Die drei feiner Leute rum, das sind noch. Drei weg. Noch ein. Zwei. Aber wir sind auch. Ja, noch zwei müssen sein jetzt. Okay. Scheiße, die habe ich nicht runtergekriegt. Ja, das ist... Ding da kriege ich hin. Das ist kein Problem. Vieles ist hier nicht mehr. Ah, der Schösch, das lebt noch, ne? Ja, jetzt, mein Gott, stirbt doch endlich. Bye, bye. Aber geile Mission, muss ich sagen. Bisher auf jeden Fall. So. Ich mache jetzt nach und nach runter. Ich hole mir die Typen. Ich gehe mir auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Es ist natürlich klar, dass du wieder weitermachst, du Idiot. Ich muss diese scheiße Scharfschütze wegbringen. Der geht ein bisschen auf den Piss gerade. Wenn der Geschichte ist, dann... Scheiße, der lebt noch. Der lebt auch noch. Fuck you! Jäger-Unterstützer-Kill. Sauber. Zwei. Also zumindest plus der Scharfschütze da oben. Weil der muss weg. Der geht mir ein bisschen auf den... So, Scharfschütze ist weg. Weitschuss. 135,6 Meter. Oh, geht ihm nicht mehr auf. Ja, es sind eh nicht mehr so viel. Ich glaube, es sind nur noch zwei. Ja, drei vielleicht doch. Oh, Gott. Gib mir Deckung. Sieht zu. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So, der ist down. So, viel haben wir nicht mehr. Ich habe noch genug Schoß an Bord. Um einfach mal Ruhe zu kriegen. Die Kacke da. So, und du hast jetzt auch mal endlich ausgeschossen. Du gehst mir nämlich auch schon in einer gewissen Zeit auf den Piss. So, das ist jetzt eigentlich eine gewissen Zeit mal Ruhe im Schachter. Nein, nein. Ein Hampelmann rennt da irgendwo noch rum. Und zwar da hinten. Aber klar, dass du wieder mit dem Unterstützer kommst. Komm, hoch. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. War es das jetzt endgültig oder haben wir noch mehr Feinde? Männer, die mich in einem ja ein bisschen nerven müssen. Gut. Jetzt ist mal Ruhe. Sie wissen natürlich immer noch, dass ich hier bin. Aber da oben ist einer minimum. Okay. So, jetzt geht das Geschütz hoch. Und die Artillerie ist Geschichte. Szenales Ziel abgeschlossen. Wunderbar. So, wie viel haben wir nur noch? Wir haben nichts mehr, ne? Ah, super. Die Forschungsnotizen müssen wir noch holen. Ah, gehen wir da noch hin. Ja, by the way, real... Theoretisch können wir ja... Warte mal, ich bin eh noch in der Runde irgendwas, ne? Die Anlage neutralisieren. Was für eine Anlage? Die könnten wir auch noch machen. Wenn wir eh schon mal niemanden sind. Ich mach jetzt... Ja, wir kriegen das hin. Komm. Kein Problem. Machen wir das komplett. Ich weiß, dass hier noch ein paar Feinde sind. Das interessiert mich, hätte ich gesagt, wenig. Genau, diese Scheiß... Ach, die... Ja, komm. Wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir es auch direkt komplett. Feind sucht, interessiert mich, ehrlich gesagt. Wenig. Komm, ich hab genug Rucksäge noch. Komm, tschak, tschak, tschak. Komische Satellitenschüsse ist auch Geschichte. Primärziel abgeschlossen. Das war das Wichtigste. So, sagen wir das auch Geschichte. Jetzt holen wir uns die Dinger da noch. Ja, haben noch Zeit. Scheiß drauf. Jetzt gehen wir hin. Kessler finden den bei. Oh, oh, oh. Der wird schon nicht wegla... Der wird schon nicht, sei weglaufen, Idiot. Ein paar Gegner machen hier noch umrennen, sehe ich gerade. Aber es interessiert mich, hätte ich gesagt, wenig. Lalalala. Lalalala, wenn jetzt nicht irgendwelche Feinde rumrennen, habe ich hier kein Problem, habe ich hier Zeit genug, pööö. Ach, warte. Befechtskämpfe. Das ist es also, was die Nazis im Schilde führen. Kessler muss das Steuerungssystem installieren, bevor sie nach einer Anlage gebracht werden. Aber wie viel sind wir jetzt verschieft worden? Hm. Ops, hat zwar keine Absicht, aber dann weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und bye, bye. So, der ist auch Geschichte. Und da zeigt uns, wo ist er noch? So. So. Soll ich mir die Notizen noch? Warte mal, die Frage ist, wo sind die? Die sind wahrscheinlich hier oben drin irgendwo. Ja. Sind sie. Ja. Sind sie. Und da ist sie. Okay. Und da ist sie offen. Prämierzeile abgeschlossen. Zack. Nächste. Letzte Teil. Kessler finden. Die paar Feinde noch auswechseln. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Aber das kann tatsächlich doch noch ein bisschen dauern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir den letzten Rest. Oh, da sind nämlich noch Feinde. Bis dann. Tschüss.